Ich weiß auch nicht, was die da machen. Bei mir ist es so, ich möchte losfahren, ich steige ins Auto, einschneide mich an, fahre los, Thema erledigt. Aber da... Auf den Kanaren ist das überhaupt nicht gerne gesehen und vor allen Dingen unüblich. 50 Prozent, 50 Prozent abziehen. Und ich würde euch wirklich empfehlen, euch auch diese Erfahrung einfach zu ersparen, weil das ist nicht so schön, wenn man dort hinkommt. Wir waren z.B. mal da und dachten, wir müssen erst mal einen Termin vereinbaren. Dann wird noch ein Lippenstift gemacht und noch mal aufs Handy geguckt und noch mal telefoniert. Das solltest du auf keinen Fall auf den Kanaren tun. Egal, ob als Urlauber oder Auswanderer. Diese Dinge solltest du besser vorher wissen. Hi, wir sind Jenny und Christian. Seit 2018 kommen wir regelmäßig zum Überwintern auf die Kanaren. In diesem Video teilen wir unsere Erfahrungen und Tipps dazu, was du auf den Kanaren lieber nicht tun solltest. Und wir starten direkt rein mit der Nummer 1. Das ist die Auffahrt auf die Autobahn. Die läuft hier auf den Kanaren nämlich oftmals ganz anders als in Deutschland. Ich bin hier einige Zeit auf der Autobahn gefahren und mich hat das anfangs komplett verwirrt. Denn während wir in Deutschland ja gewohnt sind, wir haben einen Beschleunigungsstreifen auf der Autobahn und wir fädeln uns dann halt ein. Man wird ja eigentlich reingelassen, wenn man auf den Beschleunigungsstreifen kommt. Es wird halt geguckt, wer ist schneller. Und irgendwie arrangiert man sich halt, wer dann irgendwie wie reinfährt. Hier auf den Kanaren machen die Menschen das meistens anders. Die sind nämlich gewohnt, auf den Beschleunigungsstreifen zu bremsen. Das heißt, in dem Moment, wo auf der Autobahn auf der rechten Spur Autos vorbeifahren, versuchen die nicht irgendwie das Tempo so anzugleichen und die Lücke dann zu finden, sondern die sind wirklich darauf vorbereitet. Sie fahren vor und bremsen und fahren dann wirklich aus dem Stand auf die Autobahn auf, wenn es halt leerer geworden ist. Das machen sie sowohl bei etwas längerem Beschleunigungsstreifen als auch im Norden gibt es zum Beispiel auch ein paar Stellen, da musst du wirklich bremsen und hast gar keinen Beschleunigungsstreifen und fährst so oder so aus dem Stand auf die Autobahn. Die gibt es an ganz wenigen Stellen, aber die gibt es bei der TF5 in Norden. Wenn ihr auf der Autobahn fahrt, dann habt ihr einfach die Vorfahrt und die Kanarios lassen euch definitiv die Vorfahrt und ziehen nicht rein. Schwierig wird es allerdings, da ja auch immer mehr Touristen hier auf der Insel natürlich Autofahren. Denn man weiß ja nie so hundertprozentig, wer kommt denn jetzt auf die Autobahn? Ist da gerade ein Tourist im Auto oder ist das ein Einheimischer? Manchmal sieht man den Mietwagen aufkleber, aber oftmals halt auch nicht. Und dann weiß man manchmal nicht, weil die Touristen, die sind in der Regel ja gewohnt, die ziehen halt rein. Und so muss man immer so ein bisschen auf beides vorbereitet sein. Und ich lasse persönlich auch immer irgendwie die Lücke da, dass die Menschen reinziehen könnten. Und immer dann, wenn sie dann aber trotzdem, obwohl sie eigentlich könnten, abbremsen, weiß ich immer, alles klar, Kanarium-Auto kann man eigentlich zusammenfassen. Punkt Nummer zwei. Auf dem Zebra-Streifen parken ist, wie in Deutschland, nicht so gut. Ich kenne da diverse Kandidaten, denen das schon mal passiert ist. Und die haben dann auch ein fettes Knöllchen bekommen. Was aber, das klingt ja noch meistens erst mal heftig, wenn du das dann per Post bekommst. Ich glaube so 100, 120 Euro. Aber ich glaube, wenn du das innerhalb von einer gewissen Frist, ich weiß nicht, 14 Tage oder so, bezahlst, kannst du dir nochmal 50 Prozent abziehen. Und dann ist das nicht mehr ganz so schmerzhaft. Dann geht man quasi nochmal mit einem guten Gefühl daraus. Aber wie gesagt, nicht auf dem Zebra-Streifen parken. Das kann schnell zu Problemen führen. Oder sogar im schlimmsten Fall wirst du abgeschleppt. Und dann ist es richtig problematisch, dein Auto zu finden. Woher weißt du denn das? Hast du schon mal ein Knöllchen bekommen? Ich habe selbst hier, ich wurde bislang nur geblitzt, aber mein... Da geht ja 50 Prozent Discount auch, ne? Ja, die hole ich mir immer, die 50 Prozent. Ja. Aber ich kenne da einen, zwei Kandidaten, die haben schon mal auf dem Zebra-Streifen geparkt. Und... Wir müssen jetzt dazu sagen, Zebra-Streifen, das hört sich jetzt sehr krass an. Das reicht schon, wenn ihr halt einen Reifen... Manchmal in der Situation, da ist irgendwie noch dann die Lücke so da, und man stellt sich noch rein und hat vielleicht so die Hinterreifen, irgendwie sind dann noch auf dem Zebra-Streifen drauf. Aber die Menschen kommen trotzdem komplett problemlos, haben genug Platz rüber zu kommen. Aber da sind die Canarios sehr, sehr streng. Und das gilt auch für Fußgängerüberwege. Das muss also kein richtiger Zebra-Streifen sein, sondern es gibt ja auch manchmal so markierte Fußgängerüberwege, ja bei uns vom Wurst beispielsweise. Auch da, wenn die Polizei kommt und das sieht, da gibt es definitiv das Knöllchen. Die drücken hier bei super vielen Sachen irgendwie ein Auge zu, was Parken angeht. Also wenn nicht gerade diese gelben Linien da sind, auf die darf man sich halt auch nicht stellen, dafür gibt es auch Knöllchen, das sehen wir hier auch regelmäßig vor der Tür. Aber sonst, wenn jetzt, wenn man irgendwo parkt, wo kein Parkplatz eingezeichnet ist, es aber keine gelbe Linie oder kein Parkverbotsschild gibt, und auch an Situationen, wo man dann, wo alle langsam fahren müssen und sich so ganz eng vorbeischlängeln noch können oder so, da drücken die immer Augen zu. Da kriegst du nie ein Knöllchen für. Das ist immer irgendwie okay akzeptiert. Aber Fußgängerüberwege, Zebrastreifen und die gelben Streifen am fahrbaren Rand, die gehen gar nicht. Da haben die, verstehen die, keinen Spaß. Wenn ihr zum Beispiel in einem Parkhaus unterwegs seid und denkt, also, oder seht, alles ist voll und dann seht ihr jemanden, oh ja, cool, eine Frau, die, oder ein Mann, der jetzt ins Auto steigt und schnell losfährt, warte ich doch kurz, ist meistens nicht so. Du, also du wartest nicht kurz, sondern meistens wirklich, ich weiß noch nicht, was die da machen. Bei mir ist es so, ich möchte losfahren, ich steige ins Auto einschneiden, mich an, fahre los, Thema erledigt. Aber da, ich habe da auch schon mal drei, vier Minuten, stand ich da und habe doch einen Lippenstift gemacht und nochmal auf sich hin geguckt und nochmal telefoniert. Also, ein bisschen geduldiger und dann wird das schon. Das ist halt auch wieder so ein schöner Unterschied, wo man Touristen und Einheimische ganz gut voneinander unterscheiden kann. Das ist wirklich, wenn wir solche Situationen erleben und die erleben wir bestimmt in 50 Prozent der Fälle, oder? Das kommt schon häufig vor. Die sprechen halt eigentlich immer Spalisch, wenn das so passiert. Die sehen einen, dass man wartet und reinfahren möchte, aber die haben so eine Gemütlichkeit, so einen gechillten Alltag irgendwie. Die lassen sich nicht stressen, kein bisschen, ne? Völlig spanische Gelassenheit. Ja, tiefenentspannend. Und wir reden jetzt nicht von Situationen, wie bei uns, wenn wir mit zwei kleinen Kindern einsteigen müssen, da dauert das auch immer erstmal, bis wir die da reingesetzt haben, angeschnallt haben, ne? Klar, davon reden wir gar nicht. Sondern einfach, wenn eigentlich gar kein Grund da ist, nicht zügig loszufahren. Punkt Nummer vier, endlich mal was außerhalb des Autos. Da reden wir jetzt über Strömungen und über die Wellen des Atlantiks. Und das ist auch tatsächlich jetzt ein ernsteres Thema, weil hier jedes Jahr, nicht nur auf Teneriffa, sondern auch auf den anderen kanarischen Inseln, gibt es meistens eine zweiständige Anzahl an Todesopfern, die halt die Strömungen, den Wellengang hier des Atlantiks einfach unterschätzen. Das ist insbesondere an der Nordküste der Fall. Da gibt es einige Strände, zum Beispiel hier auf Teneriffa, ist das im Anaga-Gebirge. Da gibt es Strände, haben uns andere Urlauber hier schon berichtet, wo sie reingegangen sind und man überhaupt gar keine Gefahr gesehen hat. Das Meer war relativ ruhig und dann waren sie ungefähr in der Mitte des Strandes und da waren auf einmal solche Unterströmungen, die sie immer wieder reingezogen haben. Und die schrieben uns halt, sie wären von alleine da nicht rausgekommen. Sie haben gekämpft und gekämpft und kamen einfach nicht vorwärts und hatten dann das Glück, dass halt andere Badegäste da waren und ihnen rausgeholfen haben. Ihr seht das ja an den Stränden, wenn da eine rote Fahne weht. Das bedeutet ja eigentlich offizielles Badeverbot. Jetzt ist es oft so, dass es nicht alle Strände gibt, die einen Bademeister und einen Rettungsschwimmer haben oder viele Strände sind halt bis nur in Anführungsstrichen 18 Uhr bewacht und danach dann nicht mehr. Und an diesen Stränden, wenn da kein Rettungsschwimmer, kein Bademeister vorhanden ist, solltet ihr echt verdammt vorsichtig sein, weil das kann richtig lebensgefährlich hier werden. Und wie gesagt, also zweiständig ist die Zahl jedes einzelne Jahr an Todesopfern hier. Punkt Nummer 5, Leitungswassertrinken. Andererseits in Deutschland ist das Wasser in der Leitung nicht so super sauber, wie es in Deutschland der Fall ist. Und wir raten davon ab. Wir kennen auch Leute, die haben das hier testen lassen. Und da ist dann bei rausgekommen, dass das Wasser mit, was war drin? Chlor. Chlor vor allem. Viel Chlor ist drin, aber auch teilweise, also ein bisschen Pestizide und ich glaube sogar Antibiotika wurden da festgestellt. Und die haben das wirklich im Labor richtig nach Deutschland schicken lassen und dann dort testen lassen. Und deswegen raten wir davon ab, das zu trinken. Und haben uns auch, sind wir schon Einheimische gesagt, dass sie es hier nicht trinken und trinken würden. Ja, was haben wir aber stattdessen jetzt gemacht? Stattdessen haben wir einen Osmosefilter von Philips. Wir sind jetzt Experten in Wasserfiltern geworden. Ja, und der Filter ist wirklich richtig gut. Der holt ja alles raus. Und die Leute, die das Wasser, das Leitungswasser hier damals haben testen lassen, die haben das osmozisierte Wasser, die haben selbst auch einen Filter und das auch testen lassen und dann war nichts mehr drin. Also wirklich nichts mehr drin. Und der Osmosefilter zieht halt alles raus, inklusive der Mineralien. Aber die nimmst du ja auch über andere Wege wiederum auf. Und wir können da ja empfehlen, wenn man Leitungswasser trinken möchte. Wir machen das zum Beispiel aus dem Grund, dass wir keine Lust haben, ständig immer diese Kisten oder diese Wasserpakete zu schleppen. Und wer das machen möchte, der ist damit auf jeden Fall gut bedient. Ja, auch aus Umweltschutzgründen, weil die Kanaren ja leider gar kein Recycling hier für Plastikflaschen haben. Also es gibt nicht die Pfandautomaten im Supermarkt, wie wir die aus Deutschland kennen, sondern jede einzelne im Supermarkt verkaufte Wasserflasche landet halt im Müll. Und genau, das ist natürlich auch ein riesiger Batzen, wenn man da halt jedes Mal das Wasser in Flaschen sich zulegt. Auch wenn man, es gibt diese großen Kanister, aber trotzdem sind es halt Einwegkanister. Manchmal gibt es bei so Supermärkten, wie so ein bisschen mehr auf Bio achten und so, kann man das dann auch auffüllen lassen. Aber nichtsdestotrotz haben die Wasserkanister natürlich nur eine geringere Lebensdauer. Punkt Nummer sechs ist es, die Klimazonen hier auf Teneriffa zu unterschätzen und zu denken, dass man hier überall auf der Insel im Winter auch problemlos ohne Heizung T-Shirt sitzen kann. Genau, T-Shirt sitzen und ohne Heizung auskommen. Denn es gibt ja hier speziell im Norden der Insel, aber durchaus auch im Süden einige Fincas, wunderschöne Fincas, die halt in den Bergen liegen auf vielen Höhenmetern. Also beispielsweise 500, 600, 700, 800 Höhenmeter ist hier keine Seltenheit. Insbesondere, wenn man sich eine Finca mit schönem Grundstück wünscht, schön hier im Grünen irgendwo sein möchte. Und da laufen, glaube ich, viele, die zum ersten Mal nach Teneriffa kommen, auch wenn man jetzt halt eine Finca mietet beispielsweise für eine Woche Urlaub oder so, denken natürlich viele immer, boah, Teneriffa immer warm, das ganze Jahr Frühling. Ist ja auch so, aber halt vor allen Dingen unten am Meer. Unten am Meer können wir aus eigener Erfahrung sagen, brauchen wir definitiv keine Heizung. Hier kommen wir eher in die Bredrulle, dass wir mal kühlen würden, statt zu heizen. Wir reden aber auch hier vom Süden der Insel, ne? Ja, aber im Norden haben wir ja auch ohne Heizung am Meer direkt ganz gut im Winter sind wir auch ganz gut ausgekommen. Da zieht man sich vielleicht im Norden schon nochmal eher den Pulli abends drüber, wenn man auf der Couch sitzt. Im Süden braucht man noch nicht mal den Pulli in der Regel drüber zu ziehen. Aber das solltet ihr halt wissen, wenn ihr euch hier für die Berge Teneriffas interessiert, ab so, ich würde sagen, 300, 400 Höhenmeter fängt das richtig an, dass es halt doch kühl wird und dass es dann durchaus die Notwendigkeit gibt zu heizen. Und dazu sollte man noch wissen, hier gibt es nicht wie in Deutschland einfach die Heizungen, die halt an die Gasleitung angeschlossen sind. Man dreht auf und kriegt am Ende die Rechnung, sondern man benötigt dann solche Gasflaschen. Da gibt es meistens Lieferanten, man kann die an Tankstellen beispielsweise auch kaufen, muss dann die Gasflaschen tauschen. Oder was auch viele machen, ist dann halt mit Strom zu heizen, also wirklich einen Heizlüfter in die Steckdose zu stecken. Oder aber auch vielfach, wir haben dann Klimaanlagen, die auch heizen können. Das klappt auch super, hatten wir auch schon mal in der Unterkunft. Und genau, nur dass ihr euch darüber einfach bewusst seid. Ohne Regen keine Palmen, kann ich nur sagen. Und das gilt auch für die Kanaren. Es gibt hier Regionen, die sind stärker bewölkt, eben weil es dort wesentlich häufiger regnet. Deswegen sind diese Gegenden aber auch unheimlich grün. Und daher sollte man sich vorher auch mal klar sein, dass wenn man zum Beispiel mehr in den Norden auf Teneriffa zieht oder da auch Urlaub macht oder dort sich eine Unterkunft für längere Zeit holt, dass es dort auch mal regnen kann, auch mal über längere Zeit gefolgt sein kann. Und das ist auch gar nicht schlimm, denn wenn man, die Kanaren sind relativ, also die Teneriffa zum Beispiel ist relativ klein. Du bist in einer Stunde, anderthalb Stunden einmal rum und du kannst aber dann problemlos mal in einer Stunde runter in den Süden fahren und dann hast du in der Regel meistens direkt Sonne. Ja, wobei man auch sagen muss, wir haben auch schon Tage erlebt, da war es im Norden sonnig und im Süden bewölkt. Also ganz pauschal kann man das auch nicht machen. Ihr könnt, wenn ihr das rausfinden wollt, wie wirklich gerade jetzt die aktuelle Lage ist, euch einfach ein Satellitenbild anschauen. Link blenden wir mal ein und dann weiß man ganz genau, wie die Wolken gerade ziehen. Und das, also Regnen tut es ja tatsächlich nicht so häufig hier auf den Kanaren, aber bewölkt es es halt oft. Und es gibt dann auch im Norden einige, ich glaube die Pinien beispielsweise, die ziehen sich ja auch ihre Feuchtigkeit aus den Wolken quasi raus, dass es trotzdem so grün ist, obwohl es im Vergleich gar nicht so häufig regnet. Also im Winter vielleicht, weiß ich nicht, drei, vier Mal im Monat, würde ich sagen. Ist schon eher ein regenreicherer Monat. Es gibt auch viele Monate, wo es gar nicht regnet, aber die Wolken, die machen es halt aus. Gerade wenn man hier im Sommer verweilt, kann es sehr schnell zu Waldbrennen kommen. Die Wälder fangen, ich sage mal, ab 200, 300 Metern an und dann wachsen dort halt unheimlich viele Pinien. Und im Sommer ist es hier teilweise so warm, 30, 40 Grad, dass der ganze Boden da drunter sehr, sehr trocken ist und dementsprechend auch die ganzen Piniennadeln, die teilweise die ganze Erde bedenken. Und da reicht eine Kippe, eine Zigarette, ein bisschen Feuer und das Ganze fängt total schnell an zu brennen. Wir haben ja auch jetzt, wir haben jetzt aktuell Oktober, wir waren letztens auch... November, aber sogar schon gelaufen. Genau, jetzt ist ja schon November, aber im Oktober habe ich zum Beispiel auch in einem Pinienwald sogar immer noch Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr gesehen, die nur dafür da waren, Waldbrände zu löschen und die dort halt gewartet haben auf den nächsten Einsatz. Und das kann unheimlich schnell passieren. Und wie wir auch schon gesehen haben, gab es hier auch schon sehr, sehr große Waldbrände, die nur sehr schwer in den Griff zu bekommen waren. Und wir raten dringend davon ab, draußen Lagerfeuer zu machen beziehungsweise einfach achtlos Zigarette wegzuschmeißen. Und... Das ist ja auch verboten, nur dass man natürlich jetzt nicht an jeder Stelle im Wald das Recklese kann, weil die können überall Schilder aufstellen. Genau. Und man weiß es dann manchmal nicht. Wer trotzdem draußen zum Beispiel grillen will, es gibt hier unheimlich viele Grillplätze, die sind sehr schön. Können wir auch vielleicht sogar jetzt mal eine kleine Aufnahme zu einblenden. Die sind... Da kannst du einfach hingehen und grillen, musst dich auch nicht anmelden. Nimmst am besten deine Holzkohle-Briketts mit. Wir machen das zum Beispiel auch häufig einfach mit Stöcken und Piniennadeln, die wir gefunden haben. Das klappt auch sehr gut. Warum die Locals halt auch, ne? Genau. Und da ist es erlaubt, da ist es geduldet und da gibt es auch in der Regel keine Probleme. Natürlich muss man da auch dafür sorgen, dass das nicht einfach dann zum Schluss immer noch glüht und brennt, dann ein bisschen Wasser drauf und dann ist das auch genau. Wobei man auch sagen muss, wenn wirklich Waldbrandgefahr herrscht, sind diese Grillplätze dann auch manchmal gesperrt. Aber das seht ihr dann ja durch die Absperrwände. Punkt Nummer 9. Wenn ihr hier ins Restaurant geht, dann seid ihr ja möglicherweise aus Deutschland gewohnt. Sagen wir mal, ihr geht mit zwei befreundeten Paaren essen und am Ende zahlt vielleicht jeder getrennt. Das heißt, man sitzt an einem Tisch, aber die Rechnung am Ende wird dann halt genau nach dem, was man gegessen und getrunken hat, eben halt geteilt, dass jeder dann das zahlt, was er halt auch bestellt hat und konsumiert hat. Auf den Kanaren ist das überhaupt nicht gerne gesehen und vor allen Dingen unüblich. Und wenn ihr euch jetzt außerhalb einer richtig typischen Touristenregion bewegt, die kennen das ja meistens, aber hier mehr in den einheimischen Orten, in den einheimisch geprägten Restaurants, da sagen die meistens, das geht nicht getrennt zu zahlen. Und dann ist es halt so, dass einer die Rechnung übernimmt und man einigt sich dann irgendwie halt außerhalb des Restaurants, irgendwie teilt das dann untereinander auf, überweist sich das per PayPal oder gibt sich das Bar in die Hand oder wie auch immer. Aber darauf solltet ihr vorbereitet sein, dass es im Restaurant einfach bruttisch eine Rechnung gibt. Und das war's. Ich kann nur davon abraten, zu Behördengängen, wenn man zum Beispiel eine Stallnummer etc. beantragen möchte, nicht ohne einen Dolmetscher zu gehen. Es sei denn natürlich, man spricht selbst sehr gut Spanisch. Aber einfach mit dem Handy und mit Google Translate versuchen, das Ganze schon hinzukriegen. Das klappt in der Regel nicht. Und da sind wir auch schon zurückgewiesen worden beziehungsweise durften wir wieder gehen und dann mussten wir mit einem Dolmetscher kommen, was dann aber auch wiederum geklappt hat. Die meisten oder viele Canarios sprechen vor allem, wenn sie ein bisschen älter sind, ich sag mal 45 plus, sprechen gar kein Englisch, nur Spanisch. Und deswegen möchten sie sich da auch nicht selbst unnötig in den Stress bringen und wollen dann einfach lieber, dass man da einen Dolmetscher hat. Und bei der Aufwanderbehörde könnte man ja jetzt denken, das ist halt anders. Aber unsere Erfahrung und auch die Erfahrung vieler anderer, die wir hier kennen, ist auch auf der Ausländerbehörde, braucht ihr wirklich gutes Spanisch. Da reicht dann halt auch nicht so eine Grundkenntnis an Spanisch. Und ich würde euch wirklich empfehlen, euch auch diese Erfahrung einfach zu ersparen, weil das ist nicht so schön, wenn man dort hinkommt. Wir waren zum Beispiel mal da und dachten, wir müssen erst mal einen Termin vereinbaren und hatten so unser Vokabular, um dieses Terminvereinbaren auf Spanisch hinzubekommen. Aber dann hieß es auf einmal, wir können da direkt hin und direkt durch. Und dann dachten wir ja, naja, okay, jetzt sind wir schon mal da, dann versuchen wir es mal. Waren aber vokabulartechnisch nicht so gut auf das gesamte Gespräch schon vorbereitet. Und da haben wir einfach auch gemerkt, da waren wir definitiv nicht willkommen, ohne vernünftig Spanisch zu sprechen in allen Feinheiten, in allen Details. Und das ist einfach keine schöne Erfahrung, wenn man hier auf Teneriffa oder generell auf den Kanaren so das Gefühl hat, naja, eigentlich wollen die einen hier dann so in dem Stil auch nicht haben. und deswegen raten wir davon ab. Besser direkt mit jemandem hinzubekommen, der wirklich gut Spanisch spricht kann. Ist ja auch kein Problem. Man hat ja in der Regel in Deutschland auch keine Lust, mit jemandem auf Chinesisch zu reden, obwohl man selbst gar kein Chinesisch kann. Genau. Das waren also unsere zehn Punkte, was ihr auf den Kanaren besser nicht machen solltet, beziehungsweise bedenken solltet. Und nun interessiert uns natürlich brennend, wie sind denn eure Erfahrungen? Habt ihr vielleicht noch weitere Dinge, wo ihr sagt, No-Go auf den Kanaren? Dann schreibt sie bitte gerne einmal in die Kommentare. Natürlich auch, wenn ihr Erfahrungen zu einem der Punkte habt, den wir jetzt schon aufgegriffen haben. Immer alles gerne in die Kommentare. Teilt eure Erfahrungen, teilt eure Meinung gerne. Genau. Vielleicht machen wir dann dazu nochmal Teil zwei. Ja, genau. Wir schauen mal, was bei rumkommt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns sehr gerne den Daumen hoch da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Hier kommen jetzt sehr viele Videos weiterhin zu den Kanaren, zu Teneriffa-Schwerpunktmäßig, zu Reisetipps, zu Erfahrungen hier vor Ort, zum Auswandern, zum Langzeiturlaub, zum Überwintern. Seid da super gerne dabei und tragt euch auch gerne in den Newsletter ein, den wir haben, wenn ihr mehr erfahren wollt rund um die Kanaren. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao. Hasta luego. Bis zum nächsten Video.